Wissen Sie, in meinem Alter ist man leicht vergesslich. Man verwechselt daher gelegentlich oben und unten, links und rechts. Obwohl Ernst Jandler gesagt hat, links und rechts kann man nicht viel wechseln. Mir passiert es doch gelegentlich, wie Sie sehen. Aber eines kann ich Ihnen sagen. Lenters, so ein schöner Name, so ein schönes Museum, in einer so schönen Stadt wie Linz. Das werde ich garantiert nicht in 100 Jahren vergessen, dass vor 10 Jahren das Lenters gegründet wurde.